Ich fühle mich. Ich fühle mich. Ich fühle mich glücklich. Ich fühle mich glücklich, wenn ich verliebt bin. Ich habe heute das Gefühl. Ich habe heute das Gefühl, dass ich... Ich habe heute das Gefühl, dass ich... Ich habe heute das Gefühl, dass ich keine Energie mehr habe. Heute habe ich das Gefühl, dass ich keine Energie mehr habe. Ich empfinde... Ich empfinde... Ich empfinde große Freude. Ich empfinde große Freude. Ich empfinde große Freude, wenn ich... Ich empfinde große Freude, wenn ich meine Kinder sehe. Ich empfinde große Freude. Ich fühle mich manchmal... Ich fühle mich manchmal... Ich fühle mich wohl... Ich fühle mich wohl, wenn das Wetter schön ist. Wenn das Wetter schön ist, fühle ich mich wohl. Ich fühle mich stark, weil ich... Ich fühle mich stark, weil ich sport mache. Ich fühle mich stark, weil ich sport mache. Ich fühle mich stark, weil ich... 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 Du musst den Teig für die Teig-Taschen mit der Hand kneten. Rolle den Teig mit einem Nudelholz aus. Rolle den Teig mit einem Nudelholz auf einer bemehlten Fläche aus. Du musst den Teig mit einem Nudelholz auf einer bemehlten Fläche ausrollen. Forme kleine halbmunde aus dem Teig. Forme kleine halbmunde aus dem Teig. Forme kleine halbmunde aus dem Teig. Du musst kleine halbmunde aus dem Teig formen. Vielen Dank für's Zuschauen! Schreibt mir in die Kommentare, wie Sie sich fühlen? Und wie Sie sich selbst fühlen? Und wie Sie die Teig mit dem Teig? Und wie Sie sich selbst fühlen? Alles Gute und bis zum nächsten Mal! Und wie Sie sich selbst fühlen? Und wie Sie sich selbst fühlen? Untertitelung des ZDF, 2020